Liebe Lilly, es ist heute so weit mit mir gekommen, dass ich dich nie mehr wiedersehen möchte. Es ist kein Wunsch, der einem ersten oder letzten Affekt entspringt. In den ersten Jahren habe ich noch viele qualvolle, anklagende, vorwurfsvolle Briefe geschrieben, die aber alle, trotz dieses großen Vorwurfs, mehr von meiner Zuneigung hätten durchblicken lassen, als die belanglosen Briefe, die wir einmal gewechselt haben, versehen mit den zärtlichsten Grüßen, einander umarmend in den Briefen, viel Liebes wünschend. Auch ist keine Überlegung meinem Wunsch vorausgegangen. Ich überlege schon lange nicht mehr, aber ich bemerke, dass etwas in mir dich loslässt, dich nicht mehr umwirbt, dich überhaupt nicht mehr sucht. Zwar könnten Herr G oder Herr W, meinetwegen Herr A, versucht haben, durch eine Infamie uns zu trennen. Aber wie kann man getrennt werden durch einen Dritten oder durch Dritte? Einem oder den anderen die Schuld zu geben wäre leicht, aber Schuld, falls eine spielerische besteht, was ich nicht einmal weiß, ist zu bedeutungslos in jedem Fall. Wo kein Wunsch nach Trennung besteht, kann es zu keiner kommen. Es kann also nur dein tiefer Wunsch gewesen sein, dem jeder Anlass recht war. Für mich hätte es nie einen Anlass gegeben und heute kann es deswegen auch keinen geben. Du hast dich nur zurückgebildet in mir. Du bist in die Zeit vergangen, in der wir einmal beisammen waren und dort steht ein Jugendbildnis von dir, nicht mehr zu beschädigen durch die späteren Geschehnisse und meine Gedanken darüber. Es ist nicht mehr zu verderben. Es steht in dem Mausoleum in mir, neben den Bildern der erdachten Gestalten, der bald auflebenden und bald absterbenden Figuren. Eine Unbekannte.